Seit einigen Monaten haben wir den Akkuschrauber 12 Volt getestet und sind davon sehr überzeugt. Der 12 Volt Akkuschrauber ist sehr handlich, liegt sehr gut in der Hand, ist sehr leicht vom Gewicht. Dadurch ermöglicht das, dass man längere Zeit mit ausgestreckten Händen arbeiten kann oder über Kopf arbeiten kann. Trotz der, dass er kompakt gebaut ist und klein ist, ist aber sehr leistungsstark. Auch der Akku hat eine sehr hohe Standzeit. Man kann ihn auf den Akku abstellen, ohne dass er gleich umkippt. Der 12 Volt Schrauber von Fein setzen wir vielseitig bei uns ein zum Bohren bis Durchmesser 10, Gewinde schneiden bis M8 und Verschraubung setzen bis M10. Einerseits beim Bohren brauchen wir hohe Drehzahl, zum Beispiel im vierten Gang. Und beim Gewinde schneiden brauchen wir ganz langsame Drehzahl, das kann man im ersten Gang machen. Und das, was ganz besonders gut ist zum Gewinde schneiden, der mechanische abschaltbare Drehmoment. Dadurch kann man sehr fein und präzise die Kraft einstellen. Wir sind von der Qualität der Produkte überzeugt. Sie haben sich bei uns im Haus bestens bewährt. Die Produkte haben eine besondere Leistungsfähigkeit und auch eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Ich würde die Marke Fein weiterempfehlen. 1 2 2 2 Ou 1 2 3 Untertitelung des ZDF, 2020